Prinz Harry ist für die Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip aus Amerika angereist und wird am Samstag an der Zeremonie teilnehmen. Ein inniges Wiedersehen mit Prinz William wird es im TV allerdings nicht zu sehen geben, denn die beiden laufen nicht nebeneinander. Der Buckingham-Palast gab mittlerweile die Laufreihenfolge bekannt. Dort ist zu sehen, dass die Brüder von ihrem Cousin Peter Phillips getrennt werden. Aufgrund der Hygienerichtlinien werden sie also mit einem Abstand von vier Metern voneinander entfernt laufen. Wie The Sun berichtet, fügte ein Sprecher des Königshauses hinzu, alle Vorkehrungen werden den Wünschen des Herzogs entsprechend getroffen. Ihre Majestät trifft die endgültige Entscheidung. Laut dem Magazin soll die Trennung von Harry und William sogar auf Anordnung von Königin Elizabeth arrangiert worden sein. Sind die beiden Royals also doch so zerstritten oder ist das einfach das normale Prozedere? Schließlich liefen Harry und William auch bei der Beerdigung ihrer Mutter Lady Diana 1997 getrennt durch ihren Bruder Earl Spencer. Wer gehofft hat, die beiden würden Schulter an Schulter Abschied von ihrem Großvater nehmen, der wird nun enttäuscht sein.